halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu minecraft live in the woods ich bin der onkel und weiter geht es ja an dieser stelle wir haben so viele ziegelstellen wie wir jetzt eigentlich schon brauchen schon erst doppelte sogar ich möchte nämlich einfach nur alter verarsch mich nicht ich möchte einfach nur das machen und da eine blaue vielleicht und eine blaue und jeder die da doch nein muss ich wieder essen ich muss langsam echt anfangen mein bienen zeug auszubauen ich möchte gerne aber kann ich das hier drauf stellen jetzt kann ich das so machen geht es weil ich brauche zuerst erde natürlich brauche ich zuerst erde ist ja klar habe ich noch erde hätte ich mir gleich noch mehr töpfe herstellen sollte das auf allen vierecken steht war er da wie es funktioniert das ist ja schon erde drin man kann ja nichts einpflanzen und das wird käse ach so die blumentöpfe teuer bringen rein gar nichts blumen top ne flower ja flower pot so hieß das ding oder auch nicht ach leute pot einfach mal eingeben vielleicht findet man da mehr nein vase ne ähm ach ich muss es wieder so suchen mir fällt es gerade nicht ein was ich da suche und zwar diese länglichen blumendäpfe da ach box heißen die dinger sind stone stone brick mosey stone brick gibt sowas nicht auch in den dingens aber auch wieder diese steine was haben wir denn so im angebot bei uns grünschiefer benutzt eh kein schwanz und wir müssen schon wieder ne so will ich das machen und da kriegt man nämlich cobblestone raus da können wir den schiffer wieder zurückhauen jetzt wieder nach oben hüpfen aber ich glaube ich bin jetzt sowieso gerade wieder falsch im kopf mit der ganzen sache ne doch nicht doch nicht doch nicht ist es gute ja kommen sie mal her hier ich möchte noch ein bisschen was haben und das hauen wir jetzt da rein das ist fertig das ist fertig und hier wollte ich noch reinhauen so dazu brauche ich einen ne einen da brauche ich also drei brauche ich noch einen brauche ich noch einen brauche ich noch so mhm ziesel darin genau und da kann ich mir sogar noch kann ich mir dann noch eine andere blume aussuchen das ist ja schön ich kann sogar noch mehr aussuchen mhm ja supi ja pflanzbar würde ich sagen nur solche hier ein oder so in rot und blau das sind nicht solche die da die da eins zwei drei vier fünf sechs ja dürfte reichen ich hoffe das funktioniert so wie ich das möchte und ich hoffe es funktioniert auch da das sieht aber dann soll ich es mir dann echt so wie ein zaun machen das sieht glaube ich nicht schön aus für so ein balkon hier oder na gut das jetzt auch nicht unbedingt aber sieht auf jeden Fall schon besser aus als das vorher ich glaube ich glaube das lasse ich so so jetzt müssen wir noch warten 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 die kriegt man denn jetzt da raus sehr schön 30 stück da kommen wir noch stücken so drei möchte ich auch gerne so bitte lass es funktionieren bitte lass es funktionieren so zeig mal oh Gott nee so mag ich das nicht so will ich das nicht okay die sind jetzt einfach immer die Spitzhacker eigentlich ja die hat mir doch vor uns noch gefehlt so gefällt mir das nicht das sieht doof aus das ist das englisch wenn ich hier warum ist denn da schon Erde drin ach das waren die großen und die ging ja verdammt kacke zu machen hast du ja entweder Quarz Block Quarz Block Quarz Block oder Quarz 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 und ich habe kein Quarz wir lassen das erstmal hier draußen ich habe jetzt noch ein paar Blumentöpfe die dann einfach mal hier vor der Tür hängen einfach hinstellen genau puff puff und da machen wir jetzt schön blau rein und und lila und rosa glaube ich nein das ist pink und rot ja komm das geht doch so oder das passt doch sieht etwas ulkig aus aber könnte man jetzt eigentlich mal hier noch einen stellen ja machen wir so gehen wir noch mal da brauche ich noch mal 1,2,3 so brauche ich noch mal einen Töpf so 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 brauche ich noch mal zwei Blumen und zwar nehme ich dazu da eine und ja die da ne oder sieht es dann doof aus ich mache noch die mit das zack so lieber so das sieht jetzt auch doof aus dann lieber so und so ne so und so man sieht doch herrlich aus ja Blümelein Blümchen Blumen so haben wir uns da auch mal dran probiert super schön äh ach so so ach ja cool nicht total cool was wollte ich denn jetzt noch tun genau wir können ja gleich mal äh BEE ach scheiße wie hieß denn das Ding du wieder auch Biene ne geht doch nicht oh ich keine Ahnung jetzt muss ich wieder suchen hier so ein Mist haben wir denn ach dieses Gesuche immer das ist immer so wunderschön und macht echt so viel Spaß könnt ihr euch gar nicht vorstellen Bilder und so ein Zeug werden wir uns natürlich auch noch aufhängen was wollte ich ähm ähm boah es nervt dass ich immer alles vergesse ähm ich immer irgendwie einen Faden verliere und dann nicht mehr weiß was ich machen will ach genau alles klar hab's wieder so da nicht da nicht da nicht lehmziegel okay wenn ich jetzt gerade schnell wüsste wo das ist vielleicht ist es nach 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 äh nach 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 mod geordnet ich glaube schon ne brauche ich eigentlich nur die Biene zu suchen aber ich will mich darauf einfach nicht verlassen hallo Biene ist es hier dabei ja da ist es doch oh shit da brauchen wir Bilderrahmen wie ging die jetzt nochmal ach was ist da da haben wir doch das haben wir doch und wir müssen über die Penn gehen mein Gott Cedis mach mal eine Zeit länger ne boah da muss ich doch mal wieder wir gehen erstmal schlafen oh was ist denn los Cedis ich brauche Leder du hast bestimmt Leder wieder bei dir oh so ein scheiß da brauche ich ja von draußen wieder Blumen ne ich brauche Blumen da muss ich ja da muss ich ja richtig Blumenform gehen dann boah ich brauche unbedingt die Brücke sooo wo sie den ganzen Bemosten her haben ich will es gar nicht wissen oh jetzt muss ich kurz gehen Entschuldigung 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 Guten Tag Herr Cedis ich bin nochmal bei Ihnen im Haus und ich brauche Leder da unten wie viel haben wir denn boah ist das ein warum 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 da hat ne Biene da hat ne Biene guck mal was ich hier das ist richtig warm da ist ja nichts da also ist ja nichts weiter boah scheiße ich brauche Leder wie Leder der hat nur eins da kriege ich gerade mal zwei und da kriege ich auch nicht viel raus okay Cedis du musst da noch Leder ich glaube ich werde mal fragen ob er mir Leder besorgt und close down das ist glaube ich das macht er bestimmt ich weiß es nicht ich hoffe doch ich muss ihn fragen weil sag mal bin ich jetzt doof hier oder was jetzt komme ich nochmal rüber sag mal bin ich ach das ging ja hier lang tja dann war es das wohl auch dann kann ich das auch nicht bauen und jetzt fange ich wenigstens mal die ja nicht die Brücke an sondern ich setze einfach erst mal das Tor um da wo es hin muss es war aber schon schön hier ne so kommst hier so rein das ist doch doof das mache ich auch noch ich will alles nicht mit so ja ja langsam müde lass ich das ach der Anzeige verpulte so komm mal her lieber gedönsstein 1 2 wir probieren da mal was so da kann man zwar nichts draufschreiben und das wird bis sonst wohin in den Himmel reichen kann ich denn ja eigentlich wieder was verstauen drin wenn ich jetzt sage das tue ich da rein ne schade hätte ja sein können ist ja immer so weit hergehalten was ich mir noch baue und zwar muss ich wieder suchen wie das funktioniert hat Amboss Amboss dieser Eisenblöcke wie viel Eisen habe ich denn noch boah wie ging jetzt ein Eisenblock boah na echt so viel ne oder ist das hier voll ausgefüllt so ein Eisenblock boah davon brauche ich drei Stück naja komm machen wir das mal komm scheiße drauf äh so einen Amboss hab ich einmal hier diese Dinger stehen das kommt was so schlecht ist so eine richtige Küche ach wollte ich eigentlich hier hin bauen aber das wird sowieso nichts aber ich muss ja meine Räume auch mal so ein bisschen noch einräumen das sieht irgendwie alles ein bisschen doof aus naja aber zur Zeit habe ich das da vorne und da werde ich das auch da vorne nutzen so bing ich möchte gerne hier das hier dünns wie ging denn das ach da brauchst du noch Erfahrungskosten oh man oh man oder Hut die Knie schon noch wenigstens naja so wäre schön gewesen sein täte so mein bisschen Eisen das ich noch habe wir rein in die Kiste legen ich bin gerade überlegen ob ich einsortieren soll warte mal hier habe ich noch ein kaputtes Schwert das kommt hier rein Pfeile natürlich auch aber ich glaube es ist Schwachsinn einzusortieren in Kisten meine ich jetzt halt stopp das war falsch ich komme natürlich erst mal die anderen weg die anderen Äxte so dann habe ich das hier auch mal dort den Rest habe ich im Inventar aber den brauche ich ja gar nicht eigentlich was ich vielleicht noch gebrauchen könnte wäre das das eigentlich gar nicht und das brauche ich auch nicht mehr wie viel ich hier habe das ist ja der Wahnsinn Jura und den Rest könnte man eigentlich einsortieren hier ja das haben wir hier in den Reihen Schüssel da habe ich das hier oben drüber das kommt weg das dahin das dahin das dahin so Essen ich brauche unbedingt Essen das nächste Mal wenn ich hier reinkomme verreckig an Hunger cool so das werde ich auch noch brauchen denke ich mal das ist wunderschön ach der war das noch viel brauchen stimmt ja ich wollte ja noch muss ja noch so machen ach ja so richtig fertig ist es noch nicht aber das kommt natürlich alles noch wie gesagt ich brauche Closedone das muss mir dann halt eben mal der CEDES besorgen weil er spielt es so oft und sagt so oft dass er einfach nichts zu tun hat und da kann er ja mal das Zeug besorgen nicht? machst du doch bestimmt mein lieber CEDES oder? bist du so lieb? das macht er schon so okay dann würde ich sagen beende ich mal wieder die Aufnahme mein Gott ich mache immer Überlängdinger heute das ist der Wahnsinn und ja mit diesem tollen Blick verabschiede ich mich aus dem Let's Play äh nicht aus dem Let's Play sondern aus der Session hier und wir werden da das nächste Mal viel Spaß haben und ja wir haben noch einiges vor das Dach da oben dieses Dings dann ähm die Beleuchtung oben dann die Brücke dann drin die Wand habe ich gemacht und dann uns hier dann langsam mal Honig und so machen und äh dann ein bisschen was anpflanzen das wollte ich auch noch gern machen und dann ja dann wollte ich hier hinten noch weiter und hinten eine Brücke drüber und da hinten dann ein Riesenfeld bauen aber naja mal gucken gut dann würde ich sagen vielen Dank für das Zuschauen wir sehen uns bei der nächsten Session da ist da wieder Cedis oder so dabei und die ganzen anderen Konsorten mal gucken wer da alles dabei ist und ich freue mich auf jeden Fall schon bis dahin ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020